Rubio, Fee, private Einblicke in Zuhause mit Matthias Schweighöfer Rubio Fee, 26, und Matthias Schweighöfer, 41, haben den internationalen Durchbruch geschafft. Mittlerweile waren sie schon an einigen amerikanischen Produktionen beteiligt. Nur von ihrem Privatleben teilen die beiden nicht viel. Umso einzigartiger sind diese Aufnahmen, die zeigen, wie gemütlich sie es sich in Los Angeles gemacht haben. Die Schauspielerin gibt auf TikTok Einblicke in ihr Haus. In den Videoaufnahmen ist die Küche, das Bad, Wohnzimmer und ein Teil des Gartens zu sehen. Wie stühlisch und modern sie und Matthias sich eingerichtet haben, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, TikTok.com